Da haben wir zweimal Glück gehabt, dann gab es 2008, 2009 diese Finanzkrise, da hat morgens Stanley so unter Wasser gekommen, dass sie ihre ganzen Aktien für 80 Cent und was weiß ich verkauft haben. Das war im Prinzip der Game Changer, ganz klar. Also man muss dann auch sagen, Jürgen Klopp oder die Jahre haben das. Ja, aber du musst auch Glück haben, wenn diese Finanzkrise, diese Finanzkrise war für uns perfekt, weil ich kriegte auf einmal meinen größten Aktionär, der sicherlich auch nicht nur von idealistischen Motiven geprägt war, den kriegte ich weg. Und die Leute, die die Aktien haben sollten, die haben sie auch gekriegt, nämlich wir waren ja da mittlerweile auf Penny Stock Niveau, da haben die BVB Fans nicht eingedeckt, wir hatten auf einmal eine riesen Streuung drin, ja und dann Jürgen Klopp. Ja, erstmal hatten wir, wir waren damals auch nicht die schönste Braut, das muss man auch fairerweise sagen und das passte einfach zusammen.